Nein! Nein! Herzlich Willkommen, Freunde! Neue Skat-Folge. Diesmal spielen wir Cent Skat. Habe ich noch nie gespielt. Ich weiß nicht, wie es laufen wird. Ein halber Cent, glaube ich, ist der Einsatz. Ich glaube, es ist auch die niedrigste Stufe. Wir werden es einfach mal rein stürzen. Mal gucken, was passiert. Viel Spaß! Ach, so. Ja, was machen wir hier? Wir bieten 18. Wir kriegen das Ding. Hui. Wir sind in Hinterhand. Du hast die Frage, können wir dann Gronkh spielen? Ey, ich bin jetzt ein bisschen nervös, weil ich habe noch nie um Geld gespielt, was Skat angeht. Ich glaube, ich spiele einfach den Gronkh. Ich habe mal gehört, man muss hier ein bisschen auf die Tube drücken und Geld einsammeln. Ja, von daher spielen wir die teureren Spiele. Okay, den lasse ich auch nochmal weg. 21 für die Gegner. Kann man jetzt mitnehmen und ziehe einen Trumpf. Okay, der kommt an. Und dann steht es 3-0. Also, Karo. Das wäre nicht so toll. Und ich glaube, wir gewinnen das. Das ist das Ding. Ähm. Ja. 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 Geil. Erstes Spiel gewonnen. 48 Punkte mal 2 mal... Ah ja. Okay, 48 Cent gewonnen. Und einen kleinen Obolus abgedrückt an Eurostgard. Was passiert? Oh, warum biete ich hier? Äh. Was ist... Okay, aber gut, dass wir das Spiel nicht bekommen haben. Also, ich glaube, beim Sense Guard sollten wir ein bisschen vorsichtiger sein, was das Reizen angeht. Da können wir nicht so krass reizen wie im Fun-Bereich. Aber mal schauen. Mal schauen. Also, soweit ich weiß, spielt man hier immer so Dreierrunden, damit alle gleich oft an der einen Position waren. Oh, was ist das jetzt? Erstes Peak? Hm. Okay. Das heißt, man kann immer nach diesen Dreierrunden dann das Game verlassen. Und mal schauen, wie das hier wird. Ui. Okay, 13 Punkte. Ah, man schneidet nicht auf den leidenden Mann. Oder Frau. Genau. Hm. 24 Punkte für uns. Wir spielen einfach ganz locker ihr Herz zurück. Okay. Gucken, was jetzt kommt. 24 hatten wir. 30. Also, ich nehme erstmal wahr, dass man hier ein bisschen ruhiger spielt als im Fun-Bereich. Ein bisschen überlegter. Wir schauen uns mal den letzten Stich an. Also, wir stehen jetzt auf 30 Punkten. Äh. Vielleicht hat er einen 6-Trümpfer. Aber dann hat er noch irgendwo ein Training dran. Äh. Oh. Ich werde hier einfach überstechen auf 38 Punkte. Und werde hier mal Kreuz rausspielen. Okay. Okay. Und der hat den Training in Kreuz. Okay. Und der hat den Training in Kreuz. Okay. Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt schneiden. Und dann... Wie auch immer. Komisches Game. Ich bin verwirrt. Ähm. Können wir hier was machen? Äh. Äh. Ja. Vielleicht könnten wir eine 20 bieten. Aber Hand wären jetzt hier zu heikel dafür, dass wir hier neu sind. Im Sand Guard Game. Hm. Peak-Spieler. Ja. Haben wir auch die richtige Karte. Wir spielen ja die Damen aus. Ähm. Ähm. Oh. Äh. Packen wirft. Äh. Acht Kreuz ab. Er wirft acht Kreuz ab. Okay. Wir laden einfach hier das Ass. Okay. Wir laden einfach hier das Ass. Okay. Das waren noch die ersten 50 Punkte. Richtig geladen, Leute. Wir haben richtig geladen. Wurde geschmiert. Wie auch immer. Jetzt kommt hier das Ass. Ah. Am Anfang kam der Alter. Äh. Ich hatte den piekenden Bogen. Okay. 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 Äh. Okay. Wir stehen auf 35 Punkten. Okay. Mein Partner hat jetzt schon dreimal das Kreuz abgeworfen. Nein. Nein. Oh. Oh. Okay. Ich. Wir haben irgendwie ganz schön mies gespielt, glaube ich. Also gerade hier im letzten Game. Wenn ich das Ass da bringe, dann sieht es ein bisschen anders aus. Aber was soll's. Wir spielen einfach weiter. Erfahrung. Man wächst an seinen Sachen, die man macht. Nein. An seiner Krütze, die man spielt. Also. Wir reizen das bis 36. Ich meine. Ja. Wenn wir noch einen Boom finden, können wir vielleicht den Grog irgendwie noch hinbrettern. hinbiegen irgendwie. Das geht dann vielleicht. Frag ich mich gerade, was er reizt hier. Yeah. Oh. Sind wir weg. Ne. Hm. Krasses. Krasses Game. Also. Noch nie Send Guard. Send. Skat gespielt. Ich finde es irgendwie ganz. Ganz aufregend. Auch mal. Um. 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 Und wenn wir das Spiel verlieren, müssen wir die Punkte abgeben, mal 1,5 Cent. Und dann gibt es immer den kleinen Obolus, also die Poker, würde man sagen, Rake, also der Casino-Anteil. Ah ja, spielt Karo, okay, 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 15 Punkte für uns. 29 für uns, okay, er wechselt die Farbe, mmh, 42, 42 für uns, okay, ich spiele hier ganz safe, äh, einfach Kreuz weiter. Ähm. Wer hat denn hier 42? Yeah. Sieht so aus, als ob wir hier noch einen Stich machen. Okay, stehen auf 55. Das ist irgendwie so Peak Build, wäre nicht schlecht. Oder mein Partner müsste ja noch das Herz assern, ja, auch in Ordnung. Ja, du kannst doch einfach runterspielen. Ja, ist aber okay. Okay, also er gewinnt halt einen Karo mit 18 Punkte. Punkt 10. Und kriegt deswegen 9 Cent von jedem. Kommt so auf seinen 18 Cent. Ja, das Krüppelt platt, hier reizen wir nicht. Okay. Okay. Also wir sind bisher mit 18 Cent im Minus. Herber Verlust. Aber wir spielen einfach weiter. Okay, er spielt einen Kron. Er spielt einen Kron. Okay. Okay. Zusammenreißen. Es geht um Geld. Okay. Okay. Jetzt wird aber schnell gespielt hier. Ja, der erste ist meistens, äh, da hat er meistens die 10 gedrückt. Und daher, ich spiele jetzt mal das hier. Jawoll. Okay, er hatte Peak lang. Naja. Dann ist es so, oh, 144. Hm. Nächste Runde in 3, 2, 1. Okay. Weiter geht's. Ähm. Ja, wir nehmen das gerade auf. Oh, Leute. Was spielen wir da? Ich würde sagen, ach, wir sind hinterhand. Können wir denn den Kron spielen? Ah, also auf Kreuz können so 21 fallen. Auf Karo fallen meistens 15. Äh, das sind schon mal 36. Und dann hier auf Peak können auch, äh, wenn es 3 zu 0 steht, äh, können 25 fallen. Ja, was machen wir, was machen wir? Ich spiele den Kron, glaube ich. Wir spielen den Kron. Okay. Können Kreuz günstig abwerfen. Okay. Können die Lusche dann günstig abwerfen. Okay. Können die Lusche dann günstig abwerfen. Okay. Da ist das Ding unseres. Äh, Karten aufdecken. Sauber. 72 Cent. 70 Cent. Ja. Okay. Okay. Hier habe ich ja auch eine Idee für uns. Hier können wir den 0 reizen. Und wenn wir bei 23 sind, dann überlegen wir uns doch mal, ob wir die Null reizen. Das Auverspiel reizen. Perfekt. Das sieht sehr gut aus. Oh, okay. 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 Also. Wir müssen jetzt hier überlegen, spielen wir den Auvers oder nicht. Ähm. Wir spielen die normale 0. Ähm. Ich kann euch auch erklären, warum. Wir haben hier zweimal Herz gedrückt. Und wenn, ähm, Karo hier schief stehen sollte, ähm. Also es sind nur noch 5 Herzen im Game. Und wenn Karo schief stehen sollte, könnte der andere ein Herz schnell abwerfen. Was jetzt auch der Fall ist. Ähm. Und. Dann. Verlieren wir es. Wir verlieren es sowieso. Okay. Stark gespielt von den beiden. Krass. Krass. Wir mussten es nicht mal Auvers spielen, um es zu verlieren, ey. Sick. Wir sind weg. Äh. Wir sind weg. Ew. Oh. Sick ey. Ach, kurz. Okay. Es wird geschnippelt. Na gut, kann er machen. Oh, ok, krass, ja, war schön, bis zum nächsten Mal. So, erste Runde ist Sense Guard, war krass.